Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge, Green Hell, mit dem Nico. Hello, lass mal ziehen. Oh nein, bitte nicht. So, ich gehe wie immer typisch am Anfang erstmal schlafen. Gut, dann. Au, du bist. Nee, denn ich brauche Energie. Also es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz Fleisch braten. Ohne Feuer. Wir haben nur 80 Kilo Menschenfleisch hier. Oh. Ja, da müssen wir uns aber zumindest mal so ausrüsten, dass wir jetzt auch, sage ich mal, von den Mehrwerten her recht gut stehen. Wir können ja noch ein paar Nüsse und so und unterwegs sind einfach Pflanzen sammeln. Das können wir natürlich auch. Auf jeden Fall den Bidon voll machen. Ja. Ich habe gar keinen Bidon. Ich habe aber zwei Kokosnüsse. Wie ging das nochmal? Kokosnüsse erstmal austrinken und dann mit einem Seil verbinden oder was? Ja. Ich hatte mal zwei Kokosnüsse, aber wir sind gegen ihn. Hier in der Kiste, wo ich da drin bin. Ganz rechts. Genau. Muss ich jetzt selber abtrinken? Oh, passt. So. So. Trinken. Dann herstellen. Zack. Und ich habe kein Seil. Ein Seil oder? Ja. So. Knochennadel. Hast du Knochennadeln dabei? Nein. Okay. Aber ich habe nur zehn Knochen. Okay. Das ist auch viel. Warum liegt hier eine Axt auf dem Boden? Äh, vermutlich eine zu vier. Okay. Gut. So. Wir haben uns jetzt entschlossen. Wir gehen heute zu 40 Grad West, 24 Grad Süd. Da ist nämlich ein spezieller Ort. Da ist nämlich ein spezieller Ort, den wir mal besuchen möchten. Nico rüstet sich jetzt noch aus. Wir tun uns halt ab. Oder auch so. Jetzt von den Sachen, die ich jetzt nicht brauche. Ja. So. Das heißt. Südlich muss weniger werden. Und westlich muss auch weniger werden. Okay. Dann folge mir. Ich bin gespannt, was wir auf die Route alles zu treffen. Nix. Das ist eine Nussrunde gefallen. Ihr habt es genau gesehen. Da noch eine. Da ist eine Kokosnuss. Ja, noch eine Kokosnuss. Das ist jetzt mal zu zweit draufballern. Ja. Moment. Ah, hier liegt noch Menschenfleisch. Das muss mir jetzt gemacht. Ich habe gegessen. Ja, das ist absolut richtig. Jetzt lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Oh ja. Wir sind jetzt schon bei 44 Grad. Und wir gehen jetzt natürlich zu Nacht. Ja, natürlich. Alter. Ich dachte. Oh nein. Wann wird es nachts? Zwei Grad sind wir schon gelaufen. Wow. Und wie viele müssen denn noch? Vier. Warte mal. Wir laufen nach Norden. Das ist falsch. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier durchs Wasser. Jetzt sagt mir nicht, dass es da oben auf dem Berg ist. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Da ist ein Bienennest, du Held. Ah. Ja, hier. Was hast denn du? Jetzt hast du einen Ausschlag. Ach da. Hast du einen Ausschlag? Aktuell nix. Aktuell nix. Echt nicht? Dank meiner Rüstung an den Armen. Okay. Dann geh mal da weg. Dann renne ich da durch. Alla. Alla. Fuck. Oh, nee. Ich habe das Ding abgeschossen. Ja. Der Typ bewegt sich so behindert, jetzt habe ich eine Schufwunde am Bein. Alter, ist der behindert, der Fuzzi. Aber hä? Das Bienennest ist bei mir runtergefahren. Ach, es waren zwei Bienennester. Wie dumm ist denn der, Spasti? Hallo. Ich müsse bitte. Ich möchte. Äh. Hä? Wir müssen hier hoch. Ja, moin. Mal das Spiel. Jetzt. Ich möchte das Ding hier aufheben. Kann ich nicht? Was willst du aufheben? Wir müssen hier hoch, Nico. Ja. Komm, aber nicht noch nicht weit. Ach, da hoch. Joa, jetzt habe ich meinen... ...Bär verworfen. Egal. Warte mal, lass mir hier außen rumgehen. Wenn das geht. Ich habe echt Angst, dass hier irgendwo eine Schlange häuft und macht... Ja, stimmt. Hier haben wir aber auch schon lange nicht mal gehabt. Ja, Gott sei Dank. So, was sagt die Uhr? Jawohl. Wissen, wir nähern uns. Ich komme jetzt hier auf dem Weg einen Monalia-Blatt finden, damit ich mich verbinden kann. Das wäre doch jetzt... ...obere Sahne. Ja, das kann ich nicht so rauchen. Ah, hier sind leuchtende... Da ist eine Kokosnuss wieder. Warte mal, wir müssen Richtung Osten. Ja, du läufst richtig. Oh. Als ob. Wie sollen wir da hochkommen, bitte? Außen rum? Ja, wohin? Hier. Alter. Jetzt... Ah, jetzt diese... ...komischen Nieren noch. Hä? Wie können... Wie kommen wir denn da hoch? Oh, ich habe Ekel. Oh, shit. Hm. Außen rum ist viel. In eine andere Richtung? Also links rum? Hier rüber? Ja, mal gucken. Hier rüber. Ich habe absolut keine Ahnung. Geht's hier in die Hölle rein? Oh, hier können wir hoch. Hier können wir hoch, Nico. Komm mal zu mir. Hier. Siehst du den Baumstamm? Hier können wir hoch. Ah, da ist schon wieder... Nein! Was ist da? Das ist Korpion. Jetzt hast du Gift. Ja. Ja, du wirst sterben. Ja. Toll. Was machst denn du eigentlich? Warum ziehst du solche Tiere eigentlich immer an? Keine Ahnung. Welche... Werde ich in Höhlen reingehe? Ich würde sagen, ich laufe mal so schnell wie ich kann. Nachhause? Ja, oder irgendwo hin, würde ich auf jeden Fall zurückfinden. Unser Lager ist bei 46, 26. Oder du kannst mir dann... Wenn ich dann ster... LOL. LOL. Weißt du, wo wir sind? LOL. Okay. Das... Das macht die ganze Tour ein ganzes Stück unspektakulärer, muss ich sagen. Ja. Trautes Heimglück, Kalani. LOL. Guck mal, was ist denn hier gewachsen? Aulischen. Was soll denn hier gewachsen sein? Hilf mir nix. Das ist ein riesen... Das ist ein riesen Palme. Das ist ein riesen Palme. Das ist ein riesen Palme. Bei mir ist da nix. LOL. LOL. Als auch. Ja, dann... Wenn wir schon hier sind, dann leg ich mich mal ganz kurz schlafen. Ja, mach das mal. Aber dann wirst du sterben, ja? Ich guck nach meiner Gesundheit, die ist aktuell noch okay. Ich hab... Ich glaub, ich hab das... Ich hab das Gift abgebaut von selbst. Oh, das ist gut. Ich hab noch ein bisschen Fieber. Ich hab noch ein bisschen Fieber. Ich hab noch ein bisschen Fieber. Das geht ja jetzt aber schnell runter mit, äh... mit dem Schlaf. Und ich bin das Fieber jetzt auch los. Okay. Heißt eigentlich alles in Ordnung. Oh Mann, ey. Das macht erst diese Tour irgendwie unspektakulär. Warum? Ja, wenn wir hier ankommen. Ist doch saugeil. Oh Mann. Aber wir müssen da irgendwie die Berge hoch. Ja, weißt du vielleicht wie? Wie? Ja. Wir haben ja so eine Stelle gehabt für... Wurfhaken. 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 Ja, mit den Finden... Den Wurfhaken... Den Wurfhaken finden wir irgendwo. Den finden wir oder den machen wir? Nee, den finden wir. Äh... Finden wir? Äh... Ja, den finden wir nämlich... Das sag ich dir gleich. Hallo? Hallo? Äh... Den Wurfhaken finden wir in der Goldmine. Und die ist... Wo? Die ist bei 40 West, 15 Süd. Ja... Ähm... Du führst? Oder ist es weit weg? Äh... Nee, es geht eigentlich. Warte mal. 40 West, das wäre in die Richtung... Na toll! Aber... Auch in Süden. Also auch in die Richtung. Also hauptsächlich in die Richtung hier. Nicht sprinten. Da geht's so ein bisschen hier am... Berg entlang. Ja... Du hast nicht mehr viel Leben, Nico, wa? Geh, danke. Halb. Etwas weniger als halb. Du musst mal ein paar Pilze sammeln. Tatsächlich. Maden. Für... Wo bist du? Hier. Hier. Guck mal, hier kann man wieder unter... Stein durchgucken. Wo? Hier. Also das hat so eine starke Kante. Oh ja. Die... Also lass doch hier... Vermutlich so nicht. Lass doch hier einfach mal entlang gehen. Wir laufen jetzt zwar voll in Westen. Aber... Äh... Ich... Glaube... Nein, das wird nicht. Ist es nicht... Der sicherste Weg aktuell. Ne, komm mal zurück. Wir gehen unten am Fluss entlang. Finden wir einfach wieder unser Heim. Ist ja ungjaufe. Und ich dachte wir würden jetzt wirklich auf... Ich hab das aber überhaupt nicht erkannt, als ich da den... Ding hochgelaufen bin. Nee, ich auch nicht. Wirklich nur erst in dem Moment, wo ich oben die Hütte gesehen habe. So. Oh. Ups. So, jetzt lassen wir hier im Wasser. Und da vorne nimmst du mal die Pilze und die isst du gleich. Die hier auch. Die geben nämlich eine... Ich hab Fieber. Wo? Welche Pilze? Ich sehe keine Pilze. Geben Energie. Ach Gott. Ich glaube diese... Aber die sind... Hä, was? Hier da... Hier haben zwei Pilze. Ich hebe sie auf. Sie sind verdorben. Hast du da zwei Pilze weggebrochen? Die sind von mir. Ah. Die hier meine ich. Wo? Hier sind keine Pilze bei mir. Hä? Fuck. Aua. Jetzt hab ich auch Fieber. Weil wir hier im Wasser laufen, oder was? Vermutlich, weil sich die... Wunde infiziert hat. Oh Scheiße. Ja, komm mal mit. On my way. Hier hoch. Gehen wir mal hier hoch. Alter, hast du mich gerade... Du hast ekel. Du hast ekel. Oh, auch. An deinem Bein. Sekunde, lässt. Ernsthaft. Geht hier nicht. Alter, bist du ein bisschen dumm? So, jetzt. So, ekel. Am Bein. Ich glaub am rechten. Ach so, halt! Falsche Richtung. Äh, nee. Ja, sondern? Ja, falsche Richtung. Wir müssen ja Süden weniger werden, das heißt wir müssen in den Norden laufen. Halt, wo laufst denn du hin? Okay. Nico, eine Sache, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Lager. Ja. Dort rüsten wir uns aus und dann in der nächsten Folge machen wir dann suchen wir die Goldmine. Ja, okay. Oder wir schmeißen raus aus dem Inventar, sterben einmal ne Runde und dann... Nee. Wegen der infizierten Wunde unten. Ja, das macht nix. Ich bin immer thirsty. Wir laufen jetzt einfach mal kurz zurück zum Lager. So. Oh! Ha? Sollte vielleicht mal trinken. Ja, hat's mir grad auch gesagt. Alter. Verpiss dich. Ui. Ja bitte. Mach, dass wir schnell zum Lager kommen. Oh oh, ich seh's schon. Hier geht's gar nicht gut, wa? Nee. Halt, wo laufst denn du hin? Ach, Moment, sind wir jetzt da wo ich denke, dass wir sind? Mit dem Wasser? Ja, hier jetzt kurz vor dem Lager. Ja. Moment, 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 Moment. bevor zu spät ist ja deine richtung rüchter gestimmt ja das waren blätter und seide betötet durch infektion aber aber du wirst dann auch noch gestern mir geht es noch relativ gut ach lol ich habe mich hierhin gelegt zum schlafen war ja ja dann lauf ich mal eben ja soll ich hier warten wo du gestorben bist wenn du willst ja weil ich weiß auch wenn es zwei meter vom lager weg waren ich weiß ja schon dass es hin kriegt es niemals wieder zu finden deshalb ja die folge wollten doch eben enden dann kannst du ja aber beeil dich ich sterbe auch gleich ich dachte dir geht so gut hier du siehst mich ja hier dann renne ich zum lager ja wow ich sehe das lager ja ja es war zwei meter daneben du schaffst es nicht es sind vier einwohner hier bei uns im lager ja moment ich komm gleich ich hab besser als aufgehoben ok ich bin tot scheiße der hat mich erwischt vier stück dachtest du ich glaube ich habe hier gesehen ja ich habe doch ne ich habe nur okay das ist jetzt schlecht nein alles nicht ist nicht den baum wieso kommen diese spaß die sein die minuten lager das ist unser lager das belastende jetzt nur ist ich hab das ganze wieder aufgehoben bin jetzt gestorben ich hab Angst dass die ganzen obsidian-dinger und was wir alles bekommen haben vorhin wieder weg sind jetzt ja wahrscheinlich auch weil ich schon 15 mal gestorben bin ach so du bist wieder in alten lage gespawnt war ja ich muss wieder zurück kommen jetzt ja der ist endlich tot er ist endlich tot machte sonst nichts ok pass auf fackel ist geblieben steinklinge ist geblieben ich hab so genietes obsidian messe habe ich noch und ich habe sogar meine rüstung noch beide ein achso ja gut wir haben jetzt drei tote wenn die werden uns bestimmt wieder eingeben der steht bei mir noch hier ich habe wieder so einen guten speer von denen du spaß es ist meins wo bin ich denn schon da weiter hinten bei dem anderen liegt nix ein stock ach hier ich habe tatsächlich mein obsidian knochen und dingen zurück ja ich habe sogar ein rüstungsteil noch ja 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 ein rüstungsteil habe ich aber der bogen ist auf jeden fall weg scheiße den habe ich sogar noch gesehen ach so du bist ja noch mal gestorben ich hätte ja ich habe ja alles ausgelegt da ist ja alles geblieben aber dann ja naja naja drittes ende jetzt äh ich nehme die noch schnell aus es gibt knochen ja und federn und menschenfleisch ja ja das ende hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht aber ich habe gesagt ich habe jetzt ein spitzenspiel von denen aber naja das ende haben wir jetzt gehabt ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja das gerne leichter shopper nächstes mal wieder rein tschüss bis denn tschüß und